Hallo, mein Name ist Christian Finneberg von der Contao Akademie und dem heutigen kurzen Tipp möchte ich dir zeigen, wie wir den Contao-Check in wenigen Sekunden auf unserem Server installieren können. Im Normalfall ist es so, dass wir den Contao-Check herunterladen, wir entpacken die ZIP-Datei und müssen das ganze manuell auf unseren Server hochladen. Anschließend können wir unseren Check mit schräger Check aufrufen und das nötige prüfen. Es gibt jetzt aber hier ein sehr praktisches Skript und zwar nennt sich das Contao-Check-Loader und mit diesem Skript können wir eine einzige PRP-Datei hochladen, diese lädt sich dann im Hintergrund den aktuellen Contao-Check herunter. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf dieses GitHub-Repository und lade mir dieses ZIP herunter. Ich speichere das Ganze und muss natürlich jetzt hier per FTP diese eine Datei hochladen. Ich habe das hier jetzt schon mal entpackt und wir laden das einfach jetzt in unsere Root-Verzeichnis, diese eine Datei und rufen diese Datei dann auf. Das heißt, ich merke mir jetzt mal den Namen und wir rufen die Datei auf. Jetzt wird im Hintergrund der Contao-Check installiert und ich habe den zur Verfügung. Das heißt, ich kann mir lange arbeiten sparen und muss nicht alles per Hand installieren und wenn ich diese Datei einmal bei mir in einem bestimmten Verzeichnis habe, dann reicht es mir, wenn ich diese Datei habe und diese einfach schnell auf den Server hochlade. Und schon habe ich in wenigen Sekunden den Contao-Check auf meinem Server installiert. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der Contao-Academy. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu Contao findest du auch auf unserer offiziellen Website contao-academy.de